Hallo liebe Freunde und Freunde der Brettspiele, ich bin André und ich begrüße euch ganz herzlich bei Auf den Tisch, meinem YouTube-Kanal zu allem rund um Brettspiele. Heute mal nicht mit allem Brettspielen, aber mit etwas, wo ich zumindest eine Brücke zubauen kann. Ich bin ja neben der Passion des Brettspielens auch ein großer Fan von Filmen und Serien, gerade so Sci-Fi ist meins. Ich sammle auch sehr gerne Modelle und Figuren passend dazu. Und heute möchte ich euch tatsächlich mal drei Modelle vorstellen zu einer Serie, die ich richtig gut finde. Und das ist die Serie Battlestar Galactica von 2004. Eine Neuauflage einer Serie von 1978, hat ganz viel geändert und war, finde ich, sowohl technisch als auch inhaltlich richtig, richtig gut gemacht. Und die Brücke zu dem Brettspiel ist, es gibt dazu auch ein ziemlich gutes Brettspiel, wie ich finde. Ein Brettspiel, das eigentlich kooperativ ist, aber man hat zu Beginn oder zur Mitte des Spiels irgendwann dann einen Verräter dabei, der gegen die anderen arbeiten muss. Ist nicht mein Lieblingsspiel mit Verräter, da finde ich tatsächlich Winter der Toten ein bisschen besser. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, verlinke ich euch oben. Aber heute eben geht es nicht nur um ein Brettspiel, sondern um drei Modelle, passend zur Serie Battlestar Galactica. Und die Modelle kommen jetzt auf den Tisch. Hallo und damit nochmal herzlich willkommen zu Auf den Tisch, heute mit dem Unboxing von drei Modellen zu Battlestar Galactica. Und bevor ich mit den eigentlichen Modellen loslege, noch ein paar ganz kurze Hinweise. Wie immer gilt, ich werde hier nicht gesponsert. Ich zeige euch nur Sachen, die ich cool finde, die ich mir selber gekauft habe, weil ich sie eben cool finde. Und da gehören diese Modelle auf jeden Fall dazu. Ich freue mich schon riesig, die gleich in der Hand zu haben. Und ja, auch vielleicht auch noch als Vorbemerkung. Es wird ein paar kleine Spoiler zur Serie geben. Ich werde versuchen, die immer einzublenden. Also ich blende einfach kurz bevor es losgeht Spoiler hier irgendwo im Bild ein. Dann wisst ihr, dass ihr da kurz überspringen müsst oder den Ton ausschalten müsst, wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt und die noch gucken wollt. Und dann, ja, einfach da der Spoiler-Hinweis kommt dann dazu, weil so ein bisschen gehört ja auch dazu, was zur Geschichte zu erzählen, was diese, ja, Raumjäger, Raumfahrzeuge dann eben auch in der Serie tatsächlich gemacht haben. Die Modelle sind alle von der britischen Firma Eaglemos. Und damit legen wir doch mal los. Vielleicht noch kurz auch was zum Preis. Die Modelle kosten alle normalerweise 49,99. Und es gab aber letztens eine 3 für 2 Aktion. Und da habe ich dann mal zugeschlagen. Und mir 3 von diesen schönen Schiffen geholt. Und hier seht ihr jetzt auch den ersten Karton. Das ist der Raptor. Ein Fahrzeug, was sehr häufig in der Serie vorkommt. Auch gleich zu Beginn in der ersten Folge. Also da kann man nicht riesig viel spoilern. Vor allem auch ein Aufklärungsraumfahrzeug. Mit sehr vielen Sensoren ausgestattet. Auch mit einem Überlichtantrieb, sodass man da auch mal größere Distanzen zurücklegen kann. Auskundschaften und wieder zur Flotte zurückfliegen kann. Hier seht ihr nochmal den Karton. Hier an der Seite steht so ein bisschen was Inhaltliches drauf. Und hinten ist auch nochmal ein etwas größeres Foto des Schiffes. Aber wir gucken uns jetzt natürlich das Schiff selber an. Und dazu machen wir hier mal den Karton auf. Wundert euch nicht, tatsächlich kommen die so geliefert. Weil ich glaube, Igelmaus macht auch nur Direktvertrieb. Insofern ist hier nichts versiegelt oder so. Weil steht halt in keinem Verkaufsraum. Ah ja, so, wenn wir jetzt hier den Karton aufmachen, finden wir erstmal so ein Begleithäftchen. Igelmaus macht zu ganz vielen verschiedenen Lizenzen Modelle und Figuren. Ich finde, deren Figuren sind nicht so toll. Aber die Modelle von Raumschiffen, die sind echt klasse. Gibt auch ganz, ganz viele Modelle zu Star Trek. Wovon ich auch zumindest zwei Stück habe. Ein Kumpel von mir hat, glaube ich, 80 Stück. Ja, klingt verrückt. Aber ich kann es verstehen, weil die Schiffe sind wirklich toll. Und die kleineren Schiffe, also im Normalfall sind die so groß ungefähr. Also so 15, 16 Zentimeter, glaube ich, in dem Dreh. Das sind halt schon hier relativ große Modelle, wie wir auch gleich sehen werden. Ja, bei den Schiffen von Igelmaus ist immer ein kleines Begleithäft dabei, wo es dann einfach ein paar Infos und verschiedene Ansichten zu dem jeweiligen Raumschiff gibt. Wenn ich mich nicht völlig irre, hat Igelmaus hier für die Battlestar Galactica Sachen auch mit der Special Effects Crew zusammengearbeitet. Also die, die jetzt letzten Endes auch dafür gesorgt haben, dass in der Serie diese Sachen tatsächlich auf den Bildschirm kommen. Und wir sehen hier zum Beispiel auch mal eine Konzeptzeichnung, wie man sich zum Beispiel so eine Viper vorgestellt hat, den klassischen Jäger. Nette Sache auf jeden Fall, wenn man das mag. Es gibt auch noch ganz viele andere Battlestar Galactica Schiffe. So, kommen wir jetzt aber endlich zum eigentlichen Modell. Und ich packe mal das Styropor zur Seite. Und da seht ihr das gute Stück. Sieht jetzt schon super aus. Und ja, ich nehme es einfach mal direkt raus. Ihr seht, es ist auch wirklich kein kleines Teil. Das fühlt meine doch relativ große Hand hier schon bestens aus. Und ihr seht auch schon, da ist ganz viel mit Liebe zum Detail gearbeitet worden. Was man jetzt hier leider wahrscheinlich nicht so gut auf dem Video sieht, aber doch, so in dieser Ansicht sieht man es. Das Glas ist tatsächlich so halbtransparent. Also man kann ein bisschen was vom Cockpit sehen. Das ist jetzt nicht super detailliert, aber zumindest die zwei Sitze sieht man. Gut. Schauen wir uns einfach mal so ein bisschen das Modell rundherum an. Seht ganz viele Details. Es ist auch so ein paar Sachen, die so quasi so aufgedruckt sind, beziehungsweise wahrscheinlich irgendwie mit so einer Transfertechnik gemacht worden sind. Also so Aufschriften, die halt einfach zu so einem Ding technisch dazugehören. Oder zum Beispiel hier steht auch No Step. Also auf das Teil soll man halt nicht drauf treten als Techniker oder als Pilot oder als Passagier. Denn die Viper wird halt auch, der Raptor wird natürlich auch öfters mal zum Transport von Leuten eingesetzt. Zwischen Schiffen der Flotte zum Beispiel. Die Modelle von Eagle Moss sind übrigens zum großen Teil aus Metall. Also hier dieser Hauptrumpf und auch die Flügel hier, die sind aus Metall. Ich glaube, so der Antrieb, ja, der Antrieb hinten, das ist aus Plastik. Aber ja, es hat auf jeden Fall eine gute Wertigkeit. Und ja, wir sehen einfach, es ist schön detailliert. Ich finde auch tatsächlich, es hat einen sehr guten Paintjob. Ich bin ja auch alter Tabletop-Spieler und habe da früher halt dementsprechend auch viele Modelle gebaut und bemalt. Und ja, so pre-painted war eigentlich nie besonders beliebt, weil es meistens nicht so gut wird. Aber doch, also hier hat Eagle Moss wirklich ein sehr gutes Ergebnis geliefert, wie ich finde. So, wir haben auch noch natürlich hier eine Standbase dabei. Wenn ich es hinkriege, ja, doch, das flutscht gut. Und gucken wir doch mal. Na ja, wir sehen auch schon ganz gut hier die Punkte, wo das so ein bisschen mit halten soll. Wenn wir das da draufsetzen, geht es auch ganz gut. Ich packe mal den Karton noch zur Seite. Ja, also schon hier bei dem Raptor finde ich ein tolles Modell. Und wie gesagt, gut von der Größe her, schön detailliert. Auf jeden Fall richtig schön für Fans der Serie. Und ich stelle das mal hier hinten ganz an den Rand. Dann kommen wir einfach mal auch direkt zum nächsten Schiff, denn es wird auf jeden Fall nur noch besser, glaube ich. Wir haben hier die Viper Mark 7, also das siebte Viper-Modell. Die Viper, der klassische Raumjäger, hier der Menschen in Battlestar Galactica. Die Mark 1, das ist die Viper, die man in der ganz alten Serie sieht, also in der von 78. Das ist die Viper Mark 1. Und hier haben wir die Viper Mark 7. Ja, das modernste Modell der Viper. Hier jetzt kurz Spoiler-Hinweis. Taucht, glaube ich, das erste Mal in der Serie, also in der neuen Serie, dann in Staffel 2 auf mit der Pegasus zusammen. Einen viel moderneren Kampfstern als der Galactica. Und ja, da kommen halt auch diese Viper dazu. Und ja, das ist es, glaube ich, eigentlich auch soweit ein Spoiler. Und dann machen wir doch auch hier mal den Karton auf. Auch hier ist natürlich ein Begleitheft dabei mit Infos zum Schiff. Ein paar schönen Bildern, auch aus der Serie natürlich direkt. Das hier finde ich immer schön. Verschiedene Ansichten. Auch hier sieht man mal wieder einen Entwurf, was es dann nicht geworden ist. Ist, glaube ich, auch ganz gut. Ich finde die Mark 7, so wie sie geworden ist, tatsächlich ziemlich schick. Ja, soweit zum Begleitheft. Jetzt kommen wir zum Schiff selber. Machen wir hier mal das Styropor weg. Und da seht ihr schon, das ist ein schönes, großes Schiff. Ich packe diesmal mal gleich den Standfuß zur Seite. Und dann können wir uns auf das Schiff konzentrieren. Ich nehme es mal raus und tue den Karton zur Seite, damit wir hier mehr Platz haben. Ja, ihr seht schon, das ist ein richtig langes Schiff. Ich gucke gerade mal. Also ich habe hier so eine Spannweite von 23 cm ungefähr. Das sind so 25, 26 cm, die das Ganze lang ist. Und wie ich finde, auch hier ein sehr, sehr schöner Paintjob. Also die verschiedenen Ansichten. Ja, das ist wirklich ein sehr schickes Modell. Und ja, es ist halt natürlich ein Kampfjäger. Insofern ist es jetzt nicht irgendwie total fancy bemalt. Aber ich finde, es kommt unheimlich gut rüber, dass das Ganze natürlich benutzt wird. Dass es halt ja nicht irgendwie bunt sein soll, sondern dass es halt ein Militärfahrzeug ist. Auch hier, das Cockpit ist auch wieder so halbtransparent. Wobei man da drin, glaube ich, diesmal nicht ganz so viel sieht. Nee, ich glaube, da sieht man nichts drin. Das ist aber auch nicht so schlimm. Wir haben sonst noch ein paar schöne Details. Wir haben hier halt so eine Beschriftung, die Nummer vom Jäger. Wir haben hier den Kampfstern, auf dem das Ding dann stationiert ist. Die Galactica. Wir haben hier das Logo der Kolonien. Auch hier wieder ein paar Beschriftungen, wo man nicht drauf treten soll als Pilot oder Techniker. Und das kriege ich jetzt hier leider mit der Kamera. Wahrscheinlich nicht eingefangen, weil ja so, wobei doch, vielleicht seht ihr es sogar noch. Unter der Cockpitscheibe sehen wir, welcher Pilot das Ding hier normalerweise fliegt. Das ist in diesem Fall Apollo. Auch ein schönes Detail. Ja, also optisch wirklich ein tolles Modell. Hier von hinten der Antrieb. Ja, man merkt der Viper Mark 7 natürlich an, dass sie ein unheimlich modernes Schiff ist. Im Sinne der Serie natürlich. Die Mark 2 sehen wir am aller, aller häufigsten. Einmal ein bisschen Reststyropor. Die Mark 2 sehen wir natürlich deutlich häufiger in der Serie. Aber die Mark 7 auch ein richtig, richtig schickes Schiff. Und dann gucken wir mal, wie das hier drauf gesetzt wird. Das sieht so ganz gut aus. Also man muss natürlich bei den Aufstellern sagen, da ist jetzt nichts irgendwie gesichert oder so. Also ich kann einfach immer das Schiff hier wieder hochnehmen. Das hakt nur so ganz, ganz leicht ein an der Stelle, wo das halt vorgesehen ist. Es ist halt kein Spielzeug. Es ist wirklich zum Hinstellen gedacht. Und das wird, glaube ich, im Regal wird das wirklich super aussehen. Ja, sehr, sehr schick. Und jetzt kommen wir zum, ja wie ich vermute, meinem Highlight. Stellen hier auch diese Viper mal an die Seite. Ich glaube sogar ein Stückchen mehr. Denn auch das hier ist ein großes Schiff. Und das finde ich wirklich ein richtig, richtig schickes Teil. Und das ist die Blackbird. Ich war schon von den Fotos fasziniert und ich bin wirklich gespannt, wie das Ganze gleich in echt aussehen wird. Ein super Schiff. Und auch hier wieder Spoiler-Alarm. Taucht in der Mitte der zweiten Staffel auf, wird von Chief Tyrrell und einigen weiteren Technikern und Offizieren und auch Technikerinnen und Offizierinnen mitgebaut und kommt dann zu einem sehr, sehr schönen Einsatz gegen das Wiedergeburtsschiff. Ein Tarnschiff. Ja. Ich freue mich einfach drauf, euch das jetzt zeigen zu können. Soweit auch soll es das mit den Spoilern sein. Auch hier natürlich wieder das Begleitheft dazu. Das ist... Ja, also diese Begleitheftchen, die sind auf jeden Fall eine schöne Sache. Aber kommen wir zum Modell selbst. Darauf freue ich mich jetzt schon wirklich. Ha, herrlich. Entsprechend des Namens ist das Schiff natürlich schwarz. Auch hier nehme ich mal als erstes diese Base raus. So. Packen wir mal an die Seite und nehmen das Schiff raus. Karton weg. Auch das ein schönes, großes Schiff. Und auch hier merkt man wirklich das Gewicht. Also auch dieser ganze Rumpf und auch hier die Turbinen an der Seite. Das ist wieder aus Metall. So ein paar Sachen sind aus Plastik hier bei Egelmoss. Aber man merkt halt vom Gewicht her einfach auch, dass das schon eine gewisse Wertigkeit hat. Und ihr seht einfach, das ist ein super schickes Schiff. Es ist, soweit kann ich glaube ich auch ohne Spoiler sagen, halt als Tarnschiff gedacht. Deswegen die Form und auch die dunkle Farbe, dass man es halt auch ohne Hilfe nicht unbedingt sehen kann. Auch hier nochmal kurz Spoiler-Hinweis. Die Offizierinnen und Offiziere, die Technikerinnen und Techniker, die dieses Schiff zusammenbauen, nennen es halt am Ende Laura, entsprechend der Präsidentin der Kolonie, Laura Roslin, und schreiben das auch hier vorne dran. Ein sehr, sehr schönes Detail. Und, um den Spoiler auch gleich wieder beenden zu können, hier an der Turbine hat man wie in der Serie die Unterschriften derjenigen, die am Bau des Schiffes beteiligt sind. Ein super, super Detail. Und also ich finde wirklich die Blackbird, wenn ich sie mir so anschaue, ist wirklich nochmal ein großartiger Einfang der Serie, des Schiffes selbst. Also da hat Egelmus wirklich einen guten Job gemacht. Auch hier wieder so ein paar technische Markierungen, die halt zu so einem Fahrzeug dazugehören würden. Auch hier ist das Cockpit wieder so halb transparent, aber da sieht man diesmal wirklich gar nichts drin. Aber man verpasst nichts. Auch hier nochmal so die Vorderansicht und auch das Ganze von hinten. Das ist wirklich ein schönes Modell. Auch wieder hier ein toller Paintjob, wie ich finde. Ist natürlich alles relativ simpel gehalten. Man soll es ja auch nicht besonders gut sehen können. Ja, auch ein ziemlich langes Elend. Wir werden die Schiffe auch gleich nochmal im Vergleich uns angucken. Aber finde ich einfach wirklich ein unglaublich tolles Modell. So wie das hier aussieht, ist hier nichts speziell zum Einrasten. Ich glaube, hier muss man einfach so ein bisschen die Position finden, in der das Schiff gut aufliegt. Oh, ich glaube hier so. Dann hat man auch einigermaßen das Zentrum dann auf dem Aufsteller. Ja, auch das wird im Regal toll aussehen. Ja, also ich bin wirklich begeistert von diesen Schiffen. Ich hoffe, dass ich irgendwann nochmal die Viper Mark 1, 2 und 3 bekomme und vielleicht auch zu einem ähnlich guten Preis wie die. Weil ja, 50 Euro für so ein Teil ist schon nicht wenig Geld. Aber wenn man Fan der Serie ist und sowas mag, auch den Platz hat, das wegzustellen, dann ist das, glaube ich, kein wirklich falsches Investment. Und jetzt holen wir doch nochmal die drei Schiffe her und stellen die mal nebeneinander. Dann sieht man auch nochmal so ein bisschen den Größenunterschied. Also der Raptor ist natürlich deutlich kürzer als die anderen beiden Modelle, aber er hat natürlich auch nochmal viel mehr Kram dabei. Die Mark 7 ist, glaube ich, ein ganz, ganz kleines Stückchen länger. Ja, ein ganz kleines Stückchen länger als die Blackbird. Ja, also die beiden müssten im großen Vergleich auf jeden Fall passen. Ich glaube, der Raptor ist ein bisschen zu klein vielleicht im Vergleich, weil da sitzen ja eigentlich in dem Cockpit sitzen ja zwei Leute nebeneinander und da hinten ist auch noch Platz für Leute. Also ja, aber das ist, glaube ich, nicht schlimm. Es fühlt sich nicht falsch an. Und ja, vom Paintjob her, von der Qualität her, vom Detailgrad her sind die alle wirklich richtig gut. Also ja, da muss ich sagen, Eagle Moss, großes Lob, tolle Modelle. Und wenn man Fan der Serie ist, ist das auf jeden Fall eine schöne Sache, um sich das ins Regal zu stellen. Ja, und soweit war es das jetzt auch tatsächlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, vielleicht mache ich auch mal zukünftig nochmal so ein Unboxing von Modellen oder vielleicht auch mal Figuren. Ich sammle auch ganz viele Animefiguren und freue mich dann einfach aufs nächste Mal. Und damit kommen wir zum Schluss von diesem Video von Auf den Tisch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Video einen Daumen hoch und lasst mir gerne auch ein Abo da, damit ihr auch zukünftig keine Videos verpasst. Klickt am besten auch auf die kleine Glocke, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Schreibt mir doch gerne diesmal in die Kommentare, sammelt ihr vielleicht auch Figuren, Miniaturen oder Modelle, vielleicht auch passend zu Brettspielen oder zu euren Lieblingsserien. Dann schreibt mir das doch einfach gerne mal in die Kommentare. Und ansonsten schreibt mir natürlich auch wie immer gerne in die Kommentare, was kommt denn bei euch gerade so auf den Tisch. Bis zum nächsten Video. Folgt mir doch gerne auch mal bei Facebook, Twitter oder Instagram. Und bis dahin sage ich bis bald und ciao.